Ein moderner Staat regiert auf Augenhöhe gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen ist es uns Grünen wichtig, dass wir ein Transparenzgesetz für Bayern erlassen. Das bedeutet, dass wir Dokumente, die von öffentlichem Interesse sind, der Allgemeinheit grundsätzlich zur Verfügung stellen. Das bedeutet auch, dass wir bei großen Infrastrukturprojekten die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mitnehmen. Und deswegen ist es wichtig, am 15. September mit beiden Stimmen die Grünen zu wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017